Da unten ist... Ich glaube, du wolltest die haben, ne? Guck mal weiter, merken wir uns irgendwie nicht. Hey! Hallo? Und die? Ja. So. Apropos? Ah, stimmt. Oh, heute schon Wende. Ich muss gucken, ob ich noch war. Ich hab so lange mal vergessen. Nein, ich hab die Kube still. Scheiße. Äh, Abbruch. Braucht die Kohle. Ja. Ich brauch jetzt erstmal was anderes. Wie sicher, Mann. Abbruch, was es sonst gibt. Boah, gar, du könntest immer wieder nix sagen. Hey, bad day. Verspätung, wo der Aufhör. Hereinspaziert, ja, ja. Hm, Verkauf. Boah, da gibt's aber viel dafür. 150 für die Pfirsich. Heilige Scheiße. Ja. Er möchte etwas kaufen. Da hätte ich halt Interesse. Für die Sichel. Weil das ist jetzt noch nicht so relevant für uns. Die Sichel aber halt, ne? Oh, es wird jetzt schon wieder weh, ne? Die Hake sehe ich jetzt als letztes irgendwo. Oh, das scheint dann ja so nice to have, ne? Oh, Jummi, 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 Jummi. Tutist weh. Ich durche mal es nicht. Was hat Colin? Oh ja, dieses war. Ist ja auch ein Geburte, sondern glaube ich. Dann geht's erst. Ui! Willkommen Schätzchen, ganz gut heiße. Schönen guten Morgen, das ist aber wahr. Wir müssen Batch noch uns unterhalten. Also, war der drin oder wie? Nix Neues im Text her. Wollen wir noch vorlesen? Ich will nicht wissen, wofür wir mehr Geld kriegen für die Samen. Da kann man zwei Samen dann verkaufen. Wenn es so 10 Gold mehr sind, scheiße, ich hoffe, das ist ganz ehrlich, das ist... Bei 30 Früchten wären das dann 300, aber, ja, komm. Das ist schon ein bisschen Aufwand zum Scheiß zu klötzen und wenn es funktioniert, wenn es verkauft wird und so weiter. Da geht aber ordentlich was weg. Das wäre nämlich wirklich viel Aufwand, lecker im Arsch. Junge, 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 Junge. Ich muss ja schon mal nachwachsend erst. Da, dann gucken wir noch mal die Chicks. Ja, da hat der Hunger. Aha. 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 Okay. Komm, mein Darm doch mal. Ah, das ist wieder Geld. Äh, voller Stall, voller Glück. Acht Großtiere. Großtiere. Du hast die Maxwell-P von 8 Tieren erreicht, ein Wunder. Cool. Und 8.000 erhalten. Sehr schön. Ist halt B-Ware und ist halt A-Ware, ne? Wenn A-Ware wir sogar noch mal Samen herstellen. Ja, dann drehen wir das mal bis morgen auf, sonst sehen wir, wieviel A-Ware kommt. Boah, neulich sterb hier drin, ich muss echt, ich muss kurz die Klima anmachen. Okay, selbst mal ein Cut. Äh, ne, ich mach nur kurz Pause. Sekunde. So, ach, da bin ich für da, weil 28 Grad sind unabläglich. Guuuuuut. Da haben wir geschaut, das haben wir gemacht, das haben wir getan. Dann gehen wir mal zur... Ah, lass mich schnell durch. Äh, wie hieß die noch mal nett, wenn... Vera? Vera Mittag? Nee. Ach, echt, jetzt wird... Ach, jetzt ist er eh bin, ey. Ich hoffe, da wird er keiner. Ich vergaß. Hier ist er oben. Weil die liebt uns ja eh schon, ne? Die liebt uns ja eh schon, ne? Ich bin ja vorbei, glaube ich. Schwester hieß er, genau. Ich bin ja kurz noch mit Opa schnackern. Da schaust du depressiv. Oh! Oh, Tag! Also ich bin hier zum ersten Mal so, weil sie für mich die schönste Freude, die ich je gesehen hatte. Egal, ich wäre in, äh, wie eine Göttin vom Himmel herabgestiegen. Da hat die Arme einen Gänz wie so einen Pfeil verschossen. Die Schöne glüht aber immer noch besser als in der Stadt. Äh, ja, ja, das glaub ich dir. Oh, Sekunde! Boah, ich muss das Mikrofon kurz mühren. Oh, shit, Alter. Na, 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 noch gar ein bisschen. Ich hab' mit raus. Da hat eh niemand arbeitet. Guck mal jetzt auf. Da hat niemand angemacht, was das tun. Okay, jetzt von 28 auf schön in 23. Dann geh mal ein paar Dings abholen. Na, na, na. Oh! Oh! Hab' ich vergessen eure Schönheiten? Hallo! Hey! Hey, wo geht's? Die Freude ist ja immer fantastisch. Blablabla. Wobei, ich glaube, dann würde es in meine Dinge, ja, blablabla. Ah, okay. Ich klebe jetzt irgendwelche Pfüße rein. Ich kann schon da mehr aushalten, ne? Das wäre natürlich einfach. Ja, drüber, ... Hey, es gibt Zeit. Was? Das ist das. Ja. Äh, äh... the Blumen? Blumen? Ne Blumen? Ein Blumen blieben zu lassen, du musst, das ist supercool, das ist supercool. Das ist supercool. Also am Festival hier nichts anderes im Kopf außer dein Scheiß. Hallo, Boogie! Ich hatte so viel Spaß bei meinem Festfestival. Ich hoffe, Charlie und Paul wissen, wie dankbar wir ihn für diese unheilige Nacht zu nennen. Heute haben wir frei. Wir können jetzt durch einmal ein bisschen verschnaufen. Na gut, okay. Dann gehen wir mal zu, dass wir verschnaufen. Wir müssen angeln. Ah, ist das schön. Das glaubt ja gar nicht. Ja, hab bei Sand. Dann wird der gleiche Scheiß raus. Da gesehen wir noch keine goldenen Ärger mehr. Noch keine 500 Fische gefangen. Oh man. Forellenbärschlein. Ich will gar nicht, wie lange das soll, bis wir da 500 überhaupt zusammen hätten. Ich würde sagen, Herbert schläft wieder, aber nee, Herbert ist wach. Brunnen kann man schon wieder schlafen gehen, ne? Tagesschlafen. Ein bisschen Sache einsammeln, wenn man mit Leuten reden, dann ist gut. Gib dir hier nichts zu entdecken. Ich frage mich, dass die früher mit einem 4,7-Siege über den Speicherplatz angefangen haben. Das haben wir jetzt aber nur auf der DVD rausgehalten, als er auf der DVD war. Bei der PlayStation 2. Äh, wie der ist müde, deine Mutter, Alter. Hier ist ja mal der Brüller. Moment, Herbie. Verständigung, wenn gut zu sein. Nur 7000, okay. Magst du die? Hallo, hallo, schön, 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 schön. Ja. Ob sie sich nur empfiehlt, deine Klebeklappe. Ja. Naja, vielleicht kommt nicht mal Bescheid, irgendwer weiß. Die helfen sich auf der Farm, wobei ich da blieb, noch weniger. So viel Auswahl zwischen der Frau hat man gar nicht mehr eine Lumina, ne? Ja, Cecilia war vielleicht die bessere Wahl gewesen. Naja. Ja, schauen wir nach den Cheerleys. Nach den Cheerleys, sage ich schon nachher, Geflügel. Warte, halt mehr rumkommt, wie nur zwei Eier. Oh, verpiste ich doch. Stock 101, blöde Sau. Sind die Opis? Gut. Ich habe keinen Bock halt. Ach so, ja, äh, apropos. Sieht die Malgerei-Fraktion aus. Ah, Frederic ist schon auf Standard. Sehr cool. So. Ich habe schon scheiß Bulle, wenigstens weg. Ja, ja. Jupp, tschüss. Äh, ja, ich bin noch kurz mit einem anderen Quatscher. Ah, du kommst schon hier herfährt. Jupp, alle rein mit euch. Weg, nein. Ah, jetzt kommt nicht viel Luft drüber. Oh Gott, ich bin ganz selb. Hehehe. Wen kommt wann wieder? Ach so, gut. Oh, schön, war ich noch gar nicht weiter. Macht mal. Hilft vielleicht. So, hör mal's. Ist trotzdem müde. Gut. Wir haben ja schon noch mehr geschlafen. Okay, Alpraum. Wieder einmal. Na Gott, halt, Bucky. Den Fiebern herlernen. Sein neues Vorbild. Bla, bla. So. Das mischt viel, ich verkauft. Sehr schön. Bödes Tier da. Äh. Äh. Nein. Nein. Nein, es war auch falsch. Die volle Linie wird erschmelken. ein abruf das ist eigentlich in dem tierfaktorium 1 nachfüllen ja ich schieb's von der arsch rein am besten ist super idee ja gut wenn ich mich jetzt das ist fertig sehr schön so 50 mehr 70 140 pro h bei der bananen ist übel doch klar ist 280 und das ist 205 das sind 272 210 sind es 60 oder 90 50 banane sind heftig jungen 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 40 sind es im grunde warte sind 50 50 ok gut das kann man wahrscheinlich zu werden verkaufen eine samen lohnt sich dann eher zu brauchen klar müssen sie produzieren aber es regnet sich 30 10 also jetzt machen wir 50 natürlich schon eine ansage die ganze schau schon mal gleich da kommt was vor hier so so ich weiß was bringt aber naja wer weiß von 40 müssen wir auf jeden fall herkommen mal jetzt wird besser mal stufe es ach man ach man ach man ach man gut gut dann kann man nicht schon das melonsalat teil machen ne einen wassenmelon ich könnte uns auf jeden fall hochzüchten wie sau ja nach rezept also wecker ich hab mir eine melone im kühlschrank ach ich brauche eine tomate oh gott was soll ich das ja zaubern man ja möchte ich immer tracy als geglaubt hat eine tomate und eine einkaufswaage auch nett Weitere jetzt Scheiße Ich weiß, dass ich die Farbe abkühlt habe. Ich weiß, dass ich die Farbe abkühlt habe. Oh, ich weiß, dass ich das nicht erwarte. Jummi, jummi. Jummi, jummi. Ja, das war ein Zeit Prozent der Minifer. Ich hätte zwar uns gleich innen da mal einander, tschüss. No. No. Ich muss Kreuzn, meinst du mal, einen Sack und Mach ? schicka was ja 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 das ganze jahr so das war's oh die hochzichtung mit dem scheiß wird hässlich ei 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 viel zeit haben wir dafür noch 16 tage geht es reicht nichts was wir anbrenzen werden auf jeden fall weil also doch es ist nicht so wächst das ganze jahr über wächst nicht in schlechten böden wächst schnell dafür gut dann lassen wir die mal im repertoire wo wo war's denn ähm frühling bis zum wächst zwar in allen boden an aber du wächst halt langsam irgendwie aber das ganze wächst und wenn die jetzt halt eher äh ach da haben wir sie doch es ist kein selber wächst nicht in schlechten böden wächst schnell müssen wir mal schauen nehmen wir das was wir am produktivsten herzüchten können weil die duften jetzt bald reif sein so wie es aussieht ja früchte steckrübe ist auch im geteilt damals schon gepflanzt wird wasser melone hochzeit zum wachsen ja können wir heute ein rezept wenigstens abgrasen ach ja ach ja schnauze viel Geld haben wir eigentlich 5000 ok rezept abgrasen und dann gehen wir noch die miene heute ich weiß nicht wie das mit Romana ist ich hab keine ahnung ja und ja der heilige gis kann ich mir den pool der bastard auch genannt der trinkige eierdieb ja knall rein weil sich heute rehabilitiert von hier haben alles blaue Funken am Himmel oh man hallo die Verraschung ist da Rezept für was oh scheiße egal so mitkommen Weißt du im Essen dabei? Ich weiß, das mag ich irgendwie schon mal. Machen wir einen Fisch mit am Start vielleicht? Ja, perfekt, aber... Ich würde mal vielleicht... Weil man kriegt ja eine Chihuahua eigentlich von den 2 Pennern. Vielleicht machen wir den. Ja, können 40. Wenn wir schon mal da sind. Wobei, jetzt kann man nachher machen. Wir haben nur bis 17 Uhr Zeit. Blumen kann man noch später pflücken. Ah, ich bin gerade angenehm. So Kühler, Leute. Klimaneinig reguliert. Sie hat gerade Strom. Auch wo Strom ist, kostet noch Spaß gerade. Geht so, tippe. Folgt mal den Travel Link. In der Videobeschreibung nicht. Äh, ist ganz tief in Entspann. Der fühlt sich anscheinend wohl in deiner Nähe. Ach du Scheiße. So, ich meine, da frisst er auch Fisch. Kann ich mal öffnen und so. Oh, ho, ho, ho. Äh, essen? Äh, willst ein Ei? Ja, dann nimm. Können schon mal aufhören. Hallo. Wenn ich so Röberkurs ganz schnell wasser. Egal, sag ich jetzt nicht. Mann, der guckt eh weg. Ich stehe aufhör auf mit der Arbeit. Hallo. Böde Kuh. Hä? Ja. So, ich will arbeiten. Achso, das wollte ich ja gar nicht. Ja, komm, mach. Blablabla. Ah, ich bin nett. Am Anfang. Komm, mach. Komm, mach. Blablabla. So, umrindend Kristall sein. Äh, braun. War eine Figur. Kann braun sein, ne? Ah, unflussil, sag ich ja. Ex-relevantes Minze, wie man sehen. Kann selber. Nicht so weit vorgehen, sag ich mir da so, äh, guck mal das ein Mensch. Du musst doch nicht da herklotzen. Wir haben mal gespannt, ob die nächste Saison nochmal ausgebaut wird. Das müssen wir jetzt noch abwarten. Warte mal, die wurde das ja gar nicht ausgebaut für mich. Warte mal auf. Ne? Warte. Hm, gute Frage, ne? Wie ist die Saison ausgegrenzt? Ja, doch nicht, ne? Da kommt eh nix raus, wie es so aussieht. Es ist grüüüüüüüün! wird nächstes irgendwann kommt irgendwo immer was raus da rechts ist auch noch was ich gerade voll übersehen wenn wir dann fossil wie es aussieht es ist ein kristall das weiße flocken ich sage es war schon mit dem kühler mann die kunde ja jetzt doof ja ich muss kurz ich bin ja ein sterber nichts relevantes ok bitte ok sorry für die unterbrechung alles in Ordnung ich hab's gerade noch so auf dem gehör gehabt ah sie kühlt immer noch ich dachte mir gerade so nein es ist so lauter geworden es ist halt echt scheiße ich habe schon 24 grad runterkühlt hier drin da ist es auf 20 gestellt ich muss ja noch nie kippen glaube ich hier verdiene ja ja jetzt bliebchen pflegen ab hier links 2 3 4 links 2 3 4 hallo mitnehmen hallo warum haben wir noch das andere grüne zeug sehr schön mal schauen ob Baki in die Stadt kann ah wobei eigentlich nicht dann findet er noch ein 30 kleine Drecksack so natürlich nicht das wollen wir nicht jetzt höre ich sie über die Räume hin und ich hoffe ich muss mal nachher schauen ob das Aufnahme hört ich hoffe nicht wäre tragisch da haben wir nicht zwei Stück das ist jetzt sehr schön heißt aber für uns wir können jede Frucht so umbauen dass sie das ganze Jahr über wächst dass wir uns vorteilhaft ist wir können eine Reihe mit Tomaten machen mit Melonen mit dem mit dem können das müssen sie selber züchten wieder also eine Samenproduktionsmaschine wo ich nicht verstehe dass man da nur eine hat die Fresse schauen entzieht sich meiner Endnis einfach mit dem mit dem wir werden habe also war das schon so ablegen jetzt mein katz warten wir bis sie im sommer sie sind schon ausgeblüht ja war noch nicht ok dann warte mal bis es herbst ist in denen wir blühen und dann schauen wir mal vielleicht hoffen wir uns heraus hoffen dass er aus den a vielleicht es werden das was so war und dann habe ich noch eine ja gut ich kann rein wahrscheinlich noch gar keine sechs stück aber wir lassen nämlich auch also nicht dass ich noch eine opfer waren die ich vergaß gut 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 dann kommt eigentlich schon wieder für heute oh man was sagt die molke fraktion ist ja schön nein nein ich muss mit dem schaden reden oh gott ist jetzt doch scheiße oh man ja hier schläft ja nur noch immer noch die komische milch da kommt und weg jetzt auch keiner wir können schlafen gehen ab wursch ich glaube die waren ein bisschen lege vor ich bin ja schön wie die sonne gerade wandert füllt mir auf na ist ja schön nee nee das gibt es nicht aha hattet ihr in den gespräch ja wollt ihr erst wieder abgeschleppt nein du kannst keine eier so als normale weil das ging gut das weg das weg morgen sollten pass an schon reisein gell keiwi da ist alf da ist alf da alf ach winnie ist auch schon fast anlaufen mit uns ja auf die zwei geschisse ehrlich gesagt ja mit dem müssen wir es auf das unterhalten mit gary ok ja nur schlafen nix mehr länger wach zu bleiben jetzt gut dann werde ich erstmal einen cut setzen und wir sehen uns später like enthalten kommentieren abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten mal bei stories auf wiedersehen tschüss teus da das die dann das you die das le